Bei der Massage der Wadenmuskulatur beginnen wir oberhalb des Sprunggelenks auf der Achillessehne und rollen langsam bis zur Kniekehle hinauf und langsam wieder herunter. Als Variation kann der Fuß nach rechts oder links gedreht werden. Diese Bewegung kann beliebig oft wiederholt werden. Wichtig ist, dass man während des gesamten Übungsablaufes entspannt und locker bleibt.